ein schönen guten morgen willkommen zu einer weiteren folge city skyline städtebau wir werden die heutige folge fortsetzen mit weiteren ausbau der stadt verbesserungen vornehmen weiter anbau der züge und so werden auch weiteren bahnhof richten das heißt aktuell haben wir ein bahnhof hier vorne wir werden das jetzt ansprechend anschließen der buslinie erst mal wir haben das angeschlossen wir wollen eine neue buslinie machen heißt ich wollte hier oben anschließen ist auch ganz wichtig ein bisschen mehr in der mitte wir schließen den kreis jetzt haben wir den bahnhof angeschlossen unserem entsprechend größeren viertel jetzt schauen wir mal hinterm ende hier haben wir auch noch eine buslinie schaffen hier oben wir beide zusammen wir können in der mitte bricht wir wir überwiegend gehen hier oben und hier oben und das ist so ich habe mal hier ich hätte schon was schauen wir mal dass wir von dem ende so 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 gut dann wollen wir einen friedhof ich sehe gerade wieder ein paar probleme kann ich nicht genug haben hier noch einer richten wieder ein stückchen fertig der bahnhof ist stark kontaktiert das ist gut jetzt sehen wir haben mächtige Staus nicht gut flessern lieb musste für ein bisschen entlastung ich glaube hey hauptstadt super hafen wir können weitere stadt so jetzt schauen wir mal hier gleichen aber wenn der verkehr so stark ist müssen wir überlegen dass wir die hauptstrecke etwas eine möglichkeit wäre zu vergrößern das heißt das heißt das heißt das ab hier eine straße bauen denn wir haben wir hier aktuell nur eine spur gut busse und taxi können hört durch der hammer die münferzeuge können wir zwar fahren kreisverkehr vergrößern kreisverkehr vergrößern wäre noch nicht so eine option wir haben einen buschstau alle wollen uns in die welt reisen gut wenn die jetzt hier lang fahren würden wäre es ja eindeutig ein vorteil das machen sie ja nicht hey buschstau ich will noch über die handel so wasser ist gut zufriedenheit es geht so verkehr jetzt kommen wir mal zum verkehr dann immer heftig aber überall aber wir werden mal die busten erhöhen einer ausgaben nahverkehr ausgaben profit ausgaben die 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 muss man tags mal mehr busse fahren züge werden ich ganz so was am tage wenn ich schlecht schauen wir mal diese achse verbessern dazu werden wir jetzt mal oder straßenbauer gehen verbesserung gehen wir mal das ist eine sexbrücke mit fahrradwegen d schon recht vor autobahn an der autobahn ist busspur wieder blödsinn wird man eine straßenmeisterei bauen mautrohr könnte ja den verkehr die maut flüchtig machen aber wenn man zum verkehr ein bisschen ausbauen das heißt wir errichten hier einen bahnhof wo ist denn wo straßenbahn bahn zuck bahnhof sch nicht so much passt 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 das war der erste anfang zweiter wahnhof den errichten wir jetzt hier mal gucken das machen wir so da bringt das nicht nicht genügend Anschluss hier ran Gleise und das Auszeichnis wieder runter ein bisschen kurzig rauf mit 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 dunkel runter hier runter mit 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 angeschlossen mit 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 schwere ich denke Das ist gleich mal verkehrt, ich muss es drüber anschließen. Das geht nicht. Könnte man einen Tunnel bauen? Eine Variante, dann müsste man noch. Irgendwie noch. Wir fahren jetzt von da nach da. Dreh ich mal die Sache. Die Helmix. 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 Der Helmix. Die Helmix her. Vielen Dank. So, jetzt fahren die da auch. Und wir umgehen ein bisschen den. Kein Strom. Und die fahren jetzt da lang. Achso. Gut. Geht auch. Kein Strom. Das geht nicht. So, liebe Freunde. Das wäre viel vorgewiesen sein. Ein bisschen überzogen. Kein Strom, kein Müll. Oh je. Problem lösen wir nachher. Ich sage schon mal, ciao. Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge.